Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Korea und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 17 und wir stehen auf Rang 5 mit 116 Siegpunkten. Und wir erwarten gerade für jeden Moment den Angriff unserer Feinde, unserer zukünftigen Feinde hier im Norden von Nordamerika, in Kanada. Denn Argentinien steht hier an der Grenze und das bauen sie immer weiter auf, was hier steht. Sie haben zwar noch wenig Infrastruktur gebaut, aber ihre Truppenpräsenz erhöht sich und wir versuchen hier gerade unser Möglichstes und das irgendwie noch ausgleichen zu können. Wir haben natürlich eine ganze Menge Infanterie hier, aber wie ihr sehen könnt, die ist ziemlich tot. Die war mal sehr frisch und die ist jetzt nicht mehr viel wert. Das waren unsere ganz neuen Truppen und da ist nicht viel von geblieben, zumindest nicht von der Moral. Verluste hatten wir kaum, aber natürlich das schlägt sehr zu Buche hier. Hier die weite Distanz und der Weg über See, das hat uns nicht so gut getan und dementsprechend ist unsere Stärke hier halbiert, wirklich. Das ist krass, was da alles fehlt. Die Panzerwagen helfen etwas, unsere Festungsbauten ebenfalls. Wir versuchen wirklich sehr, sehr stark jetzt hier aufzurüsten. Ihr seht aber schon, was hier alles kommt. Und wir haben auch, aber nicht wir, unsere Allies, die Philippinen, haben heute Depeschen abgefangen, Kommunikés aus Mexiko Richtung Argentinien oder den Rest ihrer Koalition. Wir wissen es nicht, indem sie schreiben, dass wir gerade ihr größtes Problem sind. Und das kommt, diese Nachricht, während hier Truppen an die Grenze geschickt werden, vor allem von Mexiko. Piratini war mal auf dem Weg, ist aber wieder abgedreht. Und wir haben auch Artis hier, vier Artis sogar. Wow, vier Artis echt, die wir nicht haben. Wir haben nichts Vergleichbares aktuell hier im Land. Eine Artie ist gerade angekommen, immerhin etwas. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wir gerade überhaupt nicht mit dieser Sache irgendwie umgehen können. Diese vier Artis wären für uns gerade effektiv nicht bekämpfbar. Wir müssten einen großen Nahkampfangriff probieren. Und ich werde mal für diesen Grund auch tatsächlich unsere Kavallarien hier nochmal abspalten. Die müssen einfach zusammenbleiben. Die Kavs werden hier in Reserve bleiben. Und der gesamte Plan wäre, dass wenn die uns tatsächlich angreifen mit ihren Artis, dass wir dann in einem All-or-Nothing-Angriff versuchen, ihre Armee zu zerstören und ihre Artis zu erwischen. Das wird uns da viel kosten, aber das ist die einzige Chance. Ansonsten werden die Artis uns langsam kaputt bombardieren. Und wir können das aktuell gar nicht kontern, weil unsere Nachschubwege länger sind, unsere Produktion aber auch schwächer ist. Wenn wir wenigstens gute Produktion hätten, wären die Nachschubwege egal. Es würde ja ankommen, es wäre okay. Aber es kommt halt auch nicht viel. Die nächste Arti, die wir bekommen werden, ist hier überhaupt irgendeine. Ich glaube nämlich nicht. Wir haben eine Arti gerade da. Und dann sieht man hier den Mangel an Produktion, den wir hatten. Hier ist eine Arti. Die ist aber auch erst in zwei Tagen, 15 Stunden da. Die ist erst am Sonntag da. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Wenn überhaupt am Sonntag, ja doch Sonntag genau. Das ist noch eine ganze Weile hin. Also für uns ist das jetzt hier zweieinhalb Tage in der Zukunft. Kurve baut eine weitere Arti. Die ist erst in 18 Stunden fertig. Die ist erst dann irgendwann Montagabend da oben wahrscheinlich. Also das sind dann über drei, dreieinhalb Tage noch. Das ist ganz schön lang. Und in Adong ist zumindest ein U-Boot fertig geworden. Aber das bringt jetzt auch nicht so viel. Also ja, wir haben leider so ein bisschen Mangel. Gerade Material, das ist ein großes Problem. Wir haben heute große Lieferungen bekommen aus den Philippinen. Die haben sehr geholfen. Wir konnten weitere Festungen in Auftrag geben. Und können auch hier die Fabriken weiter ausbauen. Auch Wei Feng baut eine Arti. Aber die braucht ihr eben ein bisschen. Jetzt ist die Frage, wollen wir versuchen weitere Ressourcen hier oben rein zu investieren? Oder sollten wir lieber jetzt mit dem, was wir gerade so verkaufen können, nochmal eine weitere Arti in Korea in Auftrag geben? Ich bin im Überlegen. Beides sind valide Optionen. Weil wir brauchen quasi jetzt schnell mehr Maschinenraum. Andererseits müssen wir auch gucken, dass wir hier oben lokal produzieren können. Weil die machen das ja bereits. Die bauen jetzt hier Fabriken auf. Können also entsprechend hier lokal direkt Einheiten bauen. Was mich übrigens wundert, also wie schnell diese Einheiten hier fertig wurden. Wir wissen, dass Argentinien wahrscheinlich Boosterkarten einsetzt. Ob diese vier Artis und dieser Kreuzer hier sind ergeben. Weil der wurde nämlich hier gebaut. Das bleibt abzuwarten. Ich weiß, dass hier mindestens eine von den Artis von Süden kam. Aber das war nur eine. Es sind vier. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert ist. Ich will aber auch jetzt, wie gesagt, nichts unterstellen. Diese 23 Panzerwagen hier oben sind schon eher ein bisschen verdächtig. Also alles kombiniert plus die gute Moral, die ihre Truppen hatten. Die waren ja komplett perfekt frisch gewesen nach der ganzen Kampagne. Das sind so ein paar Sachen, die mich etwas schutzig machen. Aber natürlich, das ist alles möglich. Und macht auch nicht zu viel aus. Noch haben wir ja selbst sehr viel Stärke. Aber wir könnten zumindest in Neuarchangelzki in elf Stunden eine Fabrik bauen. Aber das ist halt auch weit weg. In New Russia wäre eine Möglichkeit. Aber die Fabrik ist auch kaputt. Das ist eine Level 1 Fabrik, die aber komplett erledigt ist. Und da fehlt auch die Level 2 Werkstatt. Das sind alles Ressourcenkosten, die hoch sind. Ich meine alleine hier schon. Der Ausbau der Fabrik würde hier wie lange brauchen? 2 Tage, 19 Stunden. Die erste Art hier kriegen wir in über einer Woche. Das ist halt wirklich lang. Das ist halt eine Woche, die wir brauchen, bis da was rauskommt. Bis dahin ist ja schon alles passiert. Also ja, wir müssen hier oben ausbauen. Aber wir dürfen das nicht machen auf Kosten unserer Produktion. Weil die muss jetzt stimmen. Irgendwas muss ja hier hinkommen. Das reicht nicht aus, was wir haben. Wir brauchen jetzt dringend Geschütze. Und die kriegen wir halt nicht einfach so. Die müssen wir auch bauen. Die Kreuze sind schön, aber die helfen auch nicht unendlich viel. Ne, wir müssen hier und weiter bauen. Wir müssen hier eine weitere Art in Auftrag geben. Das hilft gerade alles nichts. Der Ölpreis ist leider völlig kollabiert. Das ist ein großes Problem für uns. Der Kohlepreis auch. Wir können zumindest ein bisschen Gas verkaufen. Aber auch nicht viel. Und dann wäre auch gerade ein Mangel. Ja, wir müssen jetzt hier teuren Stahl kaufen. Das reicht noch nicht mal aus tatsächlich für uns. Das wird ganz knapp nur reichen. Ganz knapp. Aber dann reicht es nicht mehr aus für den Bau. Verdammt. Dann müssen wir sogar noch mal ein bisschen Kohle verkaufen. Dann reicht es. Für eine 20 Stunden Artie. Aber ihr seht die Probleme hier. Wir haben bereits das mit unserer Allianz abgesprochen. Die schicken umgehend Truppen überall hin. Meine Idee war ja eigentlich gewesen, dass wir damit eventuell eine große Invasion starten können mit unserer Allianz. Aktuell. Okay, die Philippinen sind auf dem Weg. Aber wir reden hier von vier Tagen Reisezeit. Das ist eine Weile. Aber das ist eine gute Armee. Aber die wird viel verlieren. Die müssen dringend dann ihr Schiff reinsenden. Das ist die einzige Möglichkeit, dass die Moral da nicht völlig kollabiert. Aber sie schicken immerhin auch ihre Luftschiffe. Die werden natürlich sehr helfen. Ich werde meine eigenen Luftschiffe hier oben ebenfalls einsetzen. Das machen wir auch gleich mal einfach, glaube ich, jetzt in dem Moment. Wenn dann hier mein Flugfeld fertig ist in, na gut, morgen. Dann werden wir hier unsere Luftschiffe einsetzen. Und die schon mal haben. Die können natürlich sehr helfen. Gegen die verhandliche Präsenz hier. Wenn sie auch welche haben, müssen wir sehr aufpassen. Das kann natürlich dann böse wehtun. Wenn die da sind, weil wir noch keine Luftabwehr haben. Wir haben zwar Panzerwagen, aber die sind ab der Front aktuell. Andererseits haben wir auch nicht viel Infrastruktur hier oben. Das heißt, wir könnten sie mehr damit bedrohen als die uns. Wir können ihre Fabriken hier treffen. Sie können hier nicht viel treffen. Wir könnten dann sogar ihre Hafenanlagen treffen, die sie wahrscheinlich in Panama gebaut haben. Das heißt, da kann man durchaus was machen. Aber ja, der Frontkampf, der direkte Frontkampf ist ein schwieriger hier oben. Also wir müssen schauen, was sie machen. Wenn sie aber wollen, dann können sie einfach ihre Artis nach vorne bringen. Unter dem Schutz der mexikanischen und argentinischen Truppen. Wir können sie nicht angreifen, weil es zu viele sind. Und weil wir keine Moral haben. Und die werden uns dann langsam kaputt bombardieren. Die werden uns Moral und Truppen abziehen. Wir müssen uns dann irgendwann zurückziehen. Können dann zwar einen Tag vielleicht kaufen, aber vier Artis, bald auch wahrscheinlich fünf und sechs. Werden das entsprechend dann auch langsam durchaus hinkriegen. Und wir werden nicht imstande sein, darauf effektiv zu reagieren. Das Gute ist, wir können hier eine ganze Ecke Gebiete aufgeben. Das Schlechte ist, wir brauchen mindestens Neu-Archengelsk und New Russia. Weil das beides Provinzen sind, die wir sehr, sehr dringend benötigen aufgrund der Ressourcen. Also diese drei Provinzen hier sind unfassbar wertvoll. Das ist unsere halbe oder sogar noch mehr Materialproduktion, die hier liegt. Das ist wirklich important. Wenn das fällt, dann haben wir gar keine Chance mehr irgendwas zu bauen. Also da muss halt schon einiges jetzt eigentlich, das muss schon alles klappen. Da müssen wir echt halten. Aber sie können uns halt extrem unter Druck setzen. Und ihr wisst ja, wenn ich jetzt die wäre, ich würde da sofort reinmarschieren. Bevor hier irgendwas passieren kann, sofort einfach die Schwäche ausnutzen, angreifen. Ich hoffe, sie machen das nicht. Die Festungen bauen ja und die werden weitergebaut. Ich werde auch meine Ressourcen immer in die Festungen stecken. Das heißt, solange die bauen, wird das für sie schwerer. Weil die Nahkampfangriffe schon jetzt mit Provinzen wie Port Simpson, aber auch vor allem Prince George, Level 2 Festungen, das wird immer schwieriger für sie. Da kann man nicht mehr so einfach angreifen im Nahkampf. Auch die Panzerwagen bringen ja nicht mehr so viel. Die Verluste wären hoch. Das wäre es für uns wert, da Hilfe ja auf dem Weg ist. Und wir haben ja auch eine ganze Menge an Nachschub, der reinkommt. Alleine hier nochmal 75.000 deutlich frischere Truppen, 7.000 sind bereits angekommen. Und auch die Kräfte, die wir in Russland hatten, hier oben die 50.000 und auch weitere, hier unten war das gewesen, 50.000 Infanteristen, die wir gesammelt haben, sind auf dem Weg. Also wir reden hier von wieder knapp oder sogar mehr als 200.000 Truppen, die auf dem Weg sind, die deutlich frischer sind. Die natürlich viel helfen werden, aber es fehlt wie immer das Equipment. Wir hatten ja auch die Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht in Russland irgendwas bekommen können, wie zum Beispiel hier die Doppelholzprovinz. Und dann hat sich da aber die Manscherei beschwert, dass sie bitte alle Provinzen einnehmen wollen würden. Da habe ich dann meine Truppen direkt abgezogen, weil sie haben unsere Hilfe eh nicht gebraucht, das war Zeitverschwendung. Und wenn ich nicht mehr irgendwas haben darf, dann werde ich da auch nicht helfen. Dann hat sich das, also die haben ja auch von uns Provinzen einfach geklaut und die haben alle immer geklaut und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Wir helfen da jetzt nicht mehr und die machen das ja eh schon ganz gut und dann sollen die ihr Ding machen und ich kriege ja eh keine Hilfe, also mache ich mein eigenes Ding. Aber ich schicke garantiert keine Truppen mehr, außer unsere Koalition verliert wirklich. Dann wäre ich dazu bereit, aber ansonsten ist es das nicht wert, denn das kriegen die schon irgendwie hin. Das ist ja alles bislang sehr erfolgreich gewesen und Sing Yang ist ja auch im Krieg mit einer KI vor allem. Das ist, also das ist wirklich nicht, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich würde sogar eher jetzt selbst mal Truppen annehmen, aber ich versuche meine Arbeit hier oben primär alleine zu machen, weil die beiden haben ja schon zumindest an sich ganz viel zu tun. Die müssen ja hier ja effektiv ganz Eurasien einnehmen für unsere Koalition, das ist schon eine ganze Menge Arbeit und wir machen eben das hier. Sind dafür halt eigentlich zu klein, aber wenn unsere Allies beitreten, ist das mehr als machbar. Wenn die beiden hier dabei sind, dann ist das wirklich machbar, weil die haben eine ganze Menge Truppen, die sind jetzt hier sehr schnell fertig geworden, machen das sehr, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, als ob das hier die Fiji KI mit 98.000 Truppen ist, das ist Neuseeland. Achso, oh ne, alle ihre Truppen da hochgeschickt. Achso, sie sind interaktiv, na dann. Okay, ähm, ja, also wir müssen mal gucken, ähm, was hier alles ankommt. Vielleicht müssen wir sogar um Truppen bitten in Korea, also in Alaska selbst, nur auf unserem Gebiet. Zumindest Artis, ähm, das, wir müssen übrigens hier aufpassen, das könnte eine böse Armee sein. Hat Australien noch Gebiete, Gebiete, Geschmiede irgendwo, das ist noch Fiji, das hier ist auch Fiji, wo ist denn Australien? Achso, hier unten, na gut, wenn die das einnehmen, werden die verschwinden, das sollte also ausreichen. Ähm, aber ja, wir müssten eventuell uns um Truppen, äh, irgendwie um Truppen bitten. Aber viel haben die ja auch alle nicht. Seehoheit ist theoretisch möglich, die Kreuzer von, ähm, die Philippinen werden da helfen, aber die müssen halt eigentlich jetzt hier mit. Also, wir haben eine ganze Menge noch Allianz in der Rückhand, die dann relativ schnell mobilisiert werden kann. Das Problem ist halt, dass der Weg lang ist. Also, wenn irgendwas morgen passiert, dann können die erst reagieren, wenn wir schon fast aus Alaska rausgedrängt worden sind, ähm, bis die ankommen. Ähm, das ist eine lange Zeit. Der Weg nach Panama, nach Mexiko, das sind vier Tage. Also, ihr seht, ähm, das muss jetzt hoffentlich halten. Wenn es morgen zu keinem Angriff kommt, sind wir eigentlich ziemlich safe, weil wir dann genug Festungen haben werden, um unangreifbar zu sein. Dann werden wir mittelfristig ausproduziert. Mittelfristig werden sie hier oben viele Artis an die Grenze bringen können, die wir nicht organisieren können. Das heißt, wenn sie dann wissen, wie es um uns steht, könnten sie angreifen. Bis dahin aber werden unsere Allianzmitglieder bereit sein. Also, morgen ist hier der Make-or-Break-Tag. Wenn sie heute nach schon morgen angreifen, dann wird es sehr schwierig für uns hier oben irgendwas zu machen. Dann sind unsere Positionen nicht stark genug und wir müssen uns zurückziehen wahrscheinlich oder Schlachten in Kauf nehmen, in der Hoffnung, dass es ausreicht, um unseren Allianzmitgliedern diesen Angriff zu ermöglichen. Ähm, wenn es aber dann morgen nicht zum Angriff kommt, dann sind wir safe. Dann sollte das für sie nicht mehr möglich sein, uns anzugreifen. Und dann haben wir genug Truppen vor allem hier und auch genug Produktion organisiert, um inzwischen dann hier, ähm, Truppen reinschicken zu können. Also auch Artis und Panzer. Und, ähm, dann werden sie hier nicht imstande sein, das irgendwie, äh, auszunutzen unsere Schwäche. Dann werden unsere Allianzen bereit sein, da einzugreifen. Und dann sind wir hier ziemlich okay. Ob wir dann selbst angreifen können, ist die andere Frage. Weil eigentlich der Plan war ja gewesen, dass wir gemeinsam mit den Philippinen diesen Angriff koordinieren. Das heißt, wir greifen hier oben mit einer großen Offensive an und sie landen. Das war aber noch nicht gedacht für jetzt sofort. Das ist eine Sache, die braucht mindestens noch zwei Wochen. Oder mindestens anderthalb eher. Wir bräuchten hier oben 15 plus Artis und ein paar Panzer und solche Sachen. Aber eigentlich bräuchten wir hier oben halt mehr, als der Feind hat. Das ist klar. Die Defensive muss ja überwältigt werden. Und das hat, halt, das haben wir aktuell nicht. Wir werden das auch in absehbarer Zeit nicht hinbekommen. Also eigentlich ist der Angriff müßig, da ihre Landung ja schwer zu supplyen ist. Sie können es zwar machen, aber sie könnten nur sehr schwer das irgendwie dann noch halten. Wenn der Feind halt seine Verstärkung da hinschickt, werden sie da wieder rausgedrängt werden. Also dieser Angriff kann ja eigentlich nur funktionieren, wenn wir oben auch einen Durchbruch schaffen. Dann können sie das von oben nicht effektiv Konter angreifen. Und ihre Nachschublinien sind abgeschnitten. Dann ist unser Angriff hier oben möglich. Und ihrer wird nicht sofort zurückgeschlagen. Wenn wir aber nicht angreifen können, dann können sie einfach ein paar Truppen abspalten. Wir können immer nicht angreifen. Und sie können das hier unten langsam aushungern lassen und zerstören. Das heißt, da ist das Risiko hoch. Und vor allem war die Idee ja eigentlich umgekehrt gewesen, dass wir zuerst angreifen. Sie ziehen natürlich alle Reserven ab, schicken die nach Norden, müssen den Angriff abwehren, haben vielleicht Erfolg. Aber dadurch kann dann der Angriff im Süden stattfinden, weil dann keine Küstengarnisonen vorhanden sind. Also das ist eigentlich ein bisschen imperfekt gerade, aber wir müssen jetzt alles nutzen, was wir haben. Und vielleicht haben wir ja Glück und es passiert gar nichts. Und dann können die hier einfach warten, bis wir bereit sind. Wir schauen mal. Irgendwas wird schon möglich sein. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.